Jenny Frankhauser ist dann mal weg. Üblicherweise lässt Jenny Frankhauser ihre Follower bei Instagram an allem teilhaben, was in ihrem Leben passiert. Ihre Hunde, ihr Lipödem, ihre Liebe zu Freund Steffenen. Die 28-Jährige filmt und fotografiert so ziemlich alles, was ihr vor die Handylinse kommt. Doch damit ist jetzt erst einmal Schluss. Jenny nimmt sich nämlich eine Social-Media-Auszeit. Aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Jenny kündigt in ihrer Instagram-Story an. Dass sie ab nächsten Montag, womit sie den 23. August meinen dürfte, erst mal offline gehen will. Zwei Wochen lang soll Jennys Handy dann komplett aus sein. Ihre Follower beruhigt sie aber sofort. Ihre Social-Media-Auszeit habe keinen schlimmen Grund. Es ist nichts vorgefallen, oder so. Keine Sorge. Ich brauche das einfach mal, weil ich irgendwie nichts mehr genießen kann ohne es zu filmen. Und das sei nicht gesund findet Jenny. Da hat sie recht. CSP. 13. Teil 9. Teil 9. Teil 9. Parte 9. 2. 5 rabt. 5. 6. 6. 7. 7. Vielen Dank.